Hallo und herzlich willkommen zu Turtles Shredders Revenge, Folge 9. Wir haben in der letzten Folge den Cyborg Shredder getötet. Jetzt gehen wir weiter. Mal schauen, was es so gibt. Oh, das ist hier eine von den Schnappschildkröten. Heinis, ich weiß nicht, wie die heißen. Oder wie der heißt. Den gab es, glaube ich, auch im zweiten Turtles Film oder im dritten. Ich weiß gar nicht. Nee, im zweiten. Das war ja nice von mir. Das war eine Pizza. Hier, wechsel mal irgendwas zwischendurch. Und dann kriegt man irgendwelche Items. Das ist ja geil. Das ist ja geil. Ah. Manchmal ist die Hitbox echt eigenartig. Nein, das war nicht ich. Ich habe die Pflanze nachgemacht. No, nein. Pizza Aliens. Die kenne ich auch noch. Ich glaube, von Turtles in Time oder so waren die. Boah, sind die scheiße. Oh. Nee, 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 nee. Nicht mit mir. Nicht mit mir, Bruder. Ruhe. Jetzt mal ruhig hier. Hier. Boah, ey. Nein. Noch eins. Oh, mit den Glitzer. Auch im Real Life. Wollt ihr mich verarschen? Jetzt verpässt du euch. Da hinten wächst der Pfeffer. Ich glaube, das war ein Fehler. Ja. Was ist das? Ich dachte, das könnte ich irgendwie aktivieren oder so. Oh, ja, genau. Ihr wieder. Ja, ich gehe ja schon. Kein Stress hier. Ah, ja. Domina Futurpla. Vier Leben noch. Das ist ganz nice. Half-Life. Passt. Ja, ich gehe ja. Oh, ja. Ho, ja. Ja, warum hat der mich denn jetzt getroffen? Was? Speichert? Ach, weil ich denn einen Typ, äh, seine Tape-Lags, äh, besorgt hab. Nice. Pizza. Das war nötig. Da ist er. Slash. Genau im falschen Moment. Jetzt aber. Ich hab nur Fokus. Kauf dir doch einen anderen Wagen. Egal, er ist fast down. Nein. 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 Wie oft ich wohl nein sage in diesem Spiel? Ich weiß es nicht. So. Keiner fickt mit Leonardo. Adel. Ja, das ging ja so schnell. Dann hängen wir einfach noch das nächste Level dran, würde ich sagen. Oh, jetzt kommt, glaube ich, ähm... Ach, wer heißt der nochmal? Ich habe den Namen vergessen. Das Hirn. Der absolute Oberschurkel. Wir werden es gleich, äh, herausfinden, wie der heißt. Nein! Wir halten jetzt nicht so viel aus, wie gedacht. Oh, wow. Und was sagt ihr so zu dem Spiel? Also ich finde es auf jeden Fall sehr gelungen. Vor allen Dingen im, äh... Pro-Off mit ein paar Kollegen auf der Couch oder so. Da kann man schon einen netten Abend verbringen. Natürlich, um das Ganze zu kompletieren, ist, ähm... Die Kababanga-Collection sehr empfehlenswert. Zusätzlich, äh, zu dem hier. Es gab ja auch mal vor, äh, zehn Jahren oder so in Turtles, äh, auch auf sieben, was auf der neuen Serie basiert. Äh, in 3D, also, äh, Polygon-Grafik. Das war aber so richtig grottig. Ähm... Ist nicht der Rede wert. Apropos, äh, wir können auch gerne mal die, äh, Konami-Collection oder so im Anschluss von Turtles machen. Welche ist mir egal, könnt ihr mir gerne schreiben. Denn, ähm... Ich habe sie alle. Oh, ja, ich wollte gerade sagen, ihr kommt doch bestimmt... Hier kommt doch bestimmt Speere raus. Aua! Ich stand doch daneben. Ja... Ja, und ihr wieder. Ja... Ich freue mich. Nein! Nein! Tja. Schon mal gescheitert. Wer hätte es gedacht. Oh, hier. Ach so, das sind Treppen. Oh! Pizza. Nice. Ja, meine Lieblingsfreunde. Pizera-Tops-Raketenwerfer-Assis. Der Grund, warum die... Dinos ausgestorben sind. Hier. Schluckt. Oh ja, jetzt mit Schutzschilden. Ihr hattet die aber nicht in der Uhrzeit. Im Juras. Zeitalter. Oder was, Kreide? Könnt ihr ja gerne in den Kommentar schreiben. Wann der Tricera-Tops gelebt hat. Ja, jetzt. Feierabend. Feierabend mit der Grütze hier. Nein! 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 Oh, Pizza. Aber erst kämpfe ich noch ein bisschen. Gleich doch. Ist besser. Nein! Oh, das... Hartknapp, ey. Ja, ich komme ja schon. Ein Lieblingsgegner. Die Cheese-Aliens. Jetzt weiß ich, wo es die gab auf dem Gameboy. Bei dem ersten Turtles. Da waren die, glaube ich, das erste Mal. Als... ... ...gegner in ein Videospiel. Oh, was? Ja, das war's. Boah, die sind aber auch echt hartnervig. Und dann kommen sie mit so... ...Dalt-Shim-Arm. Oder... ...Dalt-Shim. Wie auch immer. Von Street Fighter. ...Dalt-Shim-Arm. Weg! So. Piss dich. Ihr Leben noch. Mmmh. Das schmeckt. Okay. 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 Ah. Ah. Gib mir den Beat. Ah ja. Passiert. Verschnitt. Jetzt die eben dann noch so hoch springen und dann ihre Scheiße... ...geheißen sie noch mal schmeißen. Boah, ist halt... ...Lot of Enemies. Oh, das ist... ...nicht so gut gewesen jetzt. Ah ja. Ah, da ist er schon. Crank? Ist er Crank? Ja. Da ist es mir zum Schluss noch eingefallen. Nice. Ah, ich bin jetzt mit der A. Ja. ... ... Ich habe ihn. Nice Brains Oops Beat was ein Geschenk für mich Meister Schröder Bereit für Rache Oh geil, in die Pizza gefallen, nice Und jetzt geht's ab, jetzt geht's ab, jetzt geht's ab Gib mir ein Beat I love the Harp Beat Ich hoffe da gibt's Keine Keine GEMA Probleme Yeah Half-Life Nee Habgab nur Fokus Egal, zwei Leben noch, schaffen wir Meister Schröder Boah Jetzt mal Feierabend hier Ich trinke ein Feierabend Bier Später vielleicht Ist das Wu-Tang? Ist das Wu-Tang? So Den Kanzler abgesägt, den Schröder Das war's noch nicht? Hätte ich mir ja denken können Gehen wir mal eben kurz hin Wo waren das hier unten? Hier? Nein. 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 Please. Ich glaube hier nicht, ne? Da fehlt nur noch ein Käfer. Ne? Vielleicht in dem neuen Gebiet? Ich hab keine Ahnung. Ah, hier können wir weiter. Hä? Achso, 16 Jahre. Ah, es geht jetzt weiter in der normalen Welt wieder. Ja, wie es weitergeht. Es wird nicht mehr sehr lange weitergehen, denn wir haben es fast durchgespielt. Seht ihr in der nächsten Folge von Turtles Shredders Revenge. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Lasst einen Daumen da und gerne auch ein Abo. Bis zum nächsten Mal. Euer Shark. Ciao, ciao.